Spar Österreich beeinflusst und prägt seit über 50 Jahren den österreichischen Lebensmittelhandel. Als rein österreichisches Unternehmen, das nach wie vor zu 100% in österreichischem Privatbesitz ist. Spar Österreich – der Erfolg einer Idee. Das dynamische Wachstum von Spar zeigt sich in der Entwicklung der Marktanteile. Im Jahr 2008 erreicht Spar einen Marktanteil von 36,5% exklusive Discount bei einem Umsatz von 4,8 Milliarden Euro. Dieses Ergebnis ist das Verdienst der über 35.000 Mitarbeiter, darunter über 2.700 Lehrlinge. Spar ist damit nicht nur der größte private österreichische Arbeitgeber, sondern auch der größte Lehrlingsausbildner. Von den insgesamt 1.400 Spar-Standorten wird eine Hälfte von der Spar AG betrieben, die andere Hälfte von selbstständigen Kaufleuten. Für diese selbstständigen Kaufleute fungiert Spar als Großhändler. Dieses duale System des offenen, persönlichen Miteinander ist eine der großen Stärken von Spar. Das Kerngeschäft von Spar ist der Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln und Nicht-Lebensmitteln des täglichen Bedarfs. Beispielhaft ist auch die Distribution und Logistik von Spar. Mit sechs regionalen Großhandelszentralen und einem Zentrallager in Wels ist Spar einfach näher an seinen Märkten und somit an seinen Kunden. Gesteuert und verwaltet wird die gesamte Spar-Logistik, wie unter anderem Wareneinkauf, Marketing, IT und Controlling von der Spar-Hauptzentrale in Salzburg. Vom Nachbarschaftsmarkt bis zum Einkaufszentrum – Spar hat für jeden Bedarf den richtigen Geschäftstyp. Mit 1.141 Sparmärkten und Spar-Supermärkten ist Spar Österreich größter flächendeckender Nahversorger. 163 Euro Sparmärkte mit einem faszinierenden Lebensmittelsortiment machen den täglichen Einkauf zum Erlebnis. 50 Spar-Gourmet-Märkte überwiegend im Raum Wien lassen Feinschmeckerherzen höher schlagen. Mit 52 Interspar-Hypermärkten und einem Marktanteil von über 50% bei den Verbrauchermärkten in Österreich ist Interspar die klare Nummer 1 in diesem Segment. Spar ist auch der größte und erfolgreichste Errichter und Betreiber von Shoppingcentern in Österreich. Neben rund 35 Interspar-Einkaufszentren betreibt die Immobiliengesellschaft SES – Spar European Shopping Centers – 19 großflächige Shoppingcenter, wie zum Beispiel den Europark in Salzburg und das Max-Center in Wels. Großzügige Glasfassaden, die helle, freundliche Einkaufsatmosphäre der Märkte und ihre vielfach ausgezeichnete Architektur sind weithin sichtbare Zeichen einer Offenheit gegenüber Kunden, Ideen und neuen Entwicklungen. Spar zeigt sich aber auch mit seiner innovativen Sortimentspolitik und der Vorreiterrolle bei neuen Marketing-Ideen als dynamisches, zukunftsorientiertes Unternehmen. Und die Zukunft heißt Europa. Mit der Gründung der Aspiag, der Austria-Spar International AG, hat Spar schon vor 18 Jahren die Basis für eine erfolgreiche Expansion nach Tschechien, Ungarn, Slowenien, Kroatien und Norditalien gelegt. Der Erfolg in Zahlen. 2008 erwirtschaftete die Aspiag 4,29 Milliarden Euro. Das sind 47 Prozent vom Gesamtumsatz der Spargruppe. Der Gesamtumsatz 2008 betrug 10,88 Milliarden Euro inklusive SES Spar European Shopping Centers. Diesen Erfolg verdankt Spar dem Engagement und der Kompetenz von 69.000 Sparmitarbeitern im In- und Ausland. Vom österreichischen Handelsunternehmen zum mitteleuropäischen Handelskonzern. Die Spar Österreich Gruppe.